hallo und herzlich willkommen liebe foto freunde zu einer neuen foto freunde folge und zum 36 mal willkommen zur bildspurzeit schön dass ihr wieder eingeschaltet haben wir haben jede menge tolle themen für euch im gepäck das habe ich jede woche aber diese woche stimmt ganz besonders wir werden uns nämlich über kameras unterhalten über filme unterhalten wir werden über digital kameras reden du wirst wieder ein kickstarter projekt vorstellen und ich habe natürlich wieder unsere allseits beliebte analog boom kategorie mit dabei und zwar dieses mal mit dem jahr 2001 auch hier wieder einiges spannendes passiert wollen wir damit vielleicht einfach gleich starten ja das hört sich doch gut an wir erinnern uns noch einmal zurück was bisher geschah ans jahr 2000 wir hatten das erste foto handy wir hatten das umsatzstärkste jahr für fuji film und wir haben weltmarkt anteile von 50 prozent kodak 30 fuji 10 aqua ja so so weit so stark erinnern wir uns und aqua will seine filmsparte abstoßen obwohl es das umsatzstärkste jahr für sie ist über die gründe darüber haben wir uns letztes mal ja durchaus schon länger unterhalten jetzt kommen wir ins jahr 2001 und natürlich wir sind immer weiter im digital boom erst mal die billigste digitalkamera gibt es jetzt schon für circa 100 euro so kleine knipsen ich weiß nicht ob du dich erinnerst habt ihr bei euch in der familie so zeug irgendwie auch gehabt so kleine ja ein bisschen neu also nicht zeit aus aber ja ein bisschen neuer aber ja noch nicht in der zeit oder wie ich glaube die erste kam wahrscheinlich so 2005 oder 6 dann ja ja ich denke auch so was ich glaube sogar ein bisschen später bei uns ich glaube sogar eher 78 9 um den dreh damals also 2003 sogar erst habe ich ja erst meine analoge pentax quasi noch bekommen die ja damals auch irre viel konnten aber diese ersten digitalkameras waren natürlich auch so ein bisschen sinnlos weil du musstest diese daten erstmal auf eine cd brennen die du dann wiederum bei einem drogeriemarkt einliefern konntest der der davon dann wiederum irgendwelche abzüge gemacht hat aber erst einmal waren cd rohlinger gar nicht mal so günstig in der damaligen zeit heutzutage flacken die dinge ziemlich unnötig rum hast du übrigens eine gute idee was man mit den dingern machen kann 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 man da nicht so tolle outdoor kustkulturen basteln die dann so licht schön reflektieren das ist dann schon extremes downcycling ich weiß ja auch nicht so recht ich weiß nicht sonst was könnte man sonst mit den dingern machen frisbee spielen das ist ein bisschen zu klein ich habe tatsächlich eine kollegin in der schule das ist so bisher das beste was ich als projekt mit alten cds kenne die nutzt es für kaltnadel radierung also im endeffekt können die schüler auf diese cd einfach irgendwas einkratzen und dann wird es eben mit so einer mit so einer farbe und irgendwie ja dann gedruckt im endeffekt letztlich fand ich auf jeden fall eine sehr sehr coole idee ist aber halt unglaublich aufwändig aber das ist so das einzige wo ich mir noch denke so ach da kommt vielleicht noch so ein bisschen was raus weil die bilder seien echt toll aus sondern so sein tangles glaube ich weiß nicht oder so diese so muster irgendwie haben die da drauf gemacht aber wir kommen kommen ab vom thema wir sind immer noch im jahr 2001 und es ist klar dass irgendwie so ein ja so eine digitalkamera damals zwar schon irgendwie beliebt ist weil man kann irgendwie direkt gucken oh ist das bild was geworden im zweifelsfall noch mal eins machen und das löschen aber über leistungsstarke computer mit denen man so etwas bearbeitet verfügen ja noch nicht allzu viele menschen also ich kann mich erinnern dass mein vater auf jeden fall in der zeit okay ich meine er war vielleicht auch ein bisschen die ausnahme aber ich denke sogar noch mit ms dos gearbeitet hat nein ja doch doch ich glaube schon ich meine dann kam schon irgendwann so roundabout in dieser zeit wann kam windows hero raus welches windows hier also ein hero ja da den kenne ich nicht wahrscheinlich so 2000 1 2 3 also genauso in die zeit also es gibt ja windows 2000 gibt es auch noch oder das müsste wahrscheinlich so 99 oder so rausgekommen sein nach 98 also ich würde sagen windows 2000 kam wahrscheinlich wenn das kam 2000 raus oder meinst du nicht nein ich glaube das ist so wie bei fifa dass das quasi immer im jahr davor raus kann also ja das kann natürlich sein ja stimmt ich habe übrigens ich weiß gar nicht ob das jetzt wirklich echt war aber ich habe neulich auf social media sonnen so wie so mien gesehen wo dann halt irgendwie so ein typ drauf war und der fotograf des bekanntesten bilds der welt und das war dieser windows xp desktop hintergrund dieser grausame grüne hügel mit diesem blauen himmel die ich da erinnerst ja ja dann was soweit ich weiß auch der willem beek als sein titelbild bei das habe ich immer gefragt ich habe mir seine videos nie so angeschaut ist das genau der ort oder hat er einfach nur das gefakt oder ist es auch alles nur zufall weißt du das das weiß ich tatsächlich nicht aber ich könnte mir vorstellen der ist doch so ein bisschen lg modern was die kids so mögen weiß der nicht dass es vielleicht irgendwie witzig ist oder so ich keine ahnung kenne mich ja auch nicht aus aber ich schaue gerade noch mal auf seine seite aber es sieht für mich schon sehr nach dem windows xp ding aus okay okay aber vielleicht hat das auch selber gemacht und das furchtbar stolz drauf dann würde ich sagen fail naja wir sind immer noch in der kategorie analog ja das sind genau genau aber du hast hast recherchiert waren die windows rausgekommen ja ich hatte nicht recht leider 17 februar 2000 ist die erst veröffentlichung von windows 2000 ja also windows xp ist dann wann rausgekommen dass hier ist dann um 25 oktober 2001 ausgekommen okay also ich denke mal dann um den zeitraum hat mein vater dann auch endlich einen computer besessen mit dem er dann eben auch grafische arbeiten erledigen konnte und nicht nur eine bessere elektrische schreibmaschine genau also würde ich sagen vielleicht ist das auch dann mit unter der grund warum dann eben immer mehr und mehr leute sich eben auch digital kameras zulegen weil ich würde sagen unter windows xp gab es dann wirklich vernünftig möglichkeiten bilder zu bearbeiten ich weiß nicht unter windows 95 2000 und millennium nt weiß nicht wie die alle hießen das war ja auch immer so ein schweinezyklus bei windows also die guten wirklich waren ja 95 und 2000 so das war ja auch nur wegen dem millennium war glaube ich ja ja natürlich natürlich aber auf jeden fall gab es damals denke ich gut möglichkeiten und es gab auch schon photoshop glaube ich wenn ich mich richtig erinnere der damaligen zeit und ich glaube es hat damals noch niemand bezahlt ich glaube es hat damals noch jeder geklaut aber da lehne ich mich vielleicht auch weit aus dem fenster weiß ich nicht ich habe nie lizenzpflichtige produkte geklaut im internet nein nein nie bist du denn für ein loser ich habe niemals photoshop irgendwo anders mir besorgt nie ich habe mir irgendwann affiniti besorgt nachdem man photoshop nicht mehr so einfach klauen konnte da wusste ich ja nicht das ist von der lmu mittlerweile auch als für studenten affiniti lizenz gibt sogar für die erste ja das hätte ich mir den na gut so teuer ist es ja auch nicht habe ich habe 60 euro für diese für das komplette ding bezahlt haben ich nutze das so viel also ich meine es gäbe jetzt quasi die möglichkeit für mich auch wieder ich habe eine nachricht gekriegt und testen sie doch und irgendwie will keiner die version 2 kaufen weil die version 1 einfach immer noch irgendwie so gut ist deswegen bewerben sie das jetzt sehr sehr offensiv und ich bin auch so ein hin und her überlegen aber das gemeine ist dass sie dir ja damit wieder so eine neue form von affinity dokument aufs auge drücken wollen alles was du in dieser halbjährlichen testphase dann machst du nicht mehr mit deiner alten version quasi aufrufen kannst im endeffekt versuchen sie durchs hintertürchen dich da so ein bisschen zu bescheißen habe ich ehrlich gesagt keinen bock darauf das hat mich schon bei word damals genervt als sie von plötzlich von punkt doc auf punkt doc x umgestellt haben das waren so da waren so die die macher von kinox to am werk wahrscheinlich ist so gedacht haben so jay das wird mal schnell umgestellt das ist ja dann auch mega seriös ja stimmt schon das war auch eine nervige zeit vor allem ich glaube die das war doch wahrscheinlich eh nur um die ganzen open office und sowas zu verhauen oder die konnten das dann wieder nicht öffnen ja ja genau und letztlich war schon auch um die leute zu zwingen quasi eine neue version von word sich zu holen da und quasi damit sie ins abo modell zu zwingen also das war letztlich braucht es du ja dann war ich glaube die da gab es sogar noch als kaufversion die erste das gab es lange ich glaube das war dann die erste suite die da mit windows vista dann veröffentlicht wurde zu der zeit ich glaube office 2008 oder sowas das hatte ich ewig mit diesem furchtbaren design was so unbedingt dieses vista design haben musste und dann diese ganzen funktionen konnte man nicht mehr finden und das design ist ja quasi immer noch so ein bisschen drin in den ganz neuen ja ganz schlimm besser geworden aber also wenn ich mich da zurück erinnere an das gute alte 2003er ms office das war das konnte alles das war perfekt und da hat sich einfach nichts mehr wirklich getan ganz ehrlich warum können sie in der spieleentwicklung heute die realistischsten games machen und in diesen scheiß office programm bleibt irgendwie der ganze mist wie er ist naja das ist ein anderes thema für sich wir sind zwar in dieser spannenden zeit der 2000er aber wir sind noch im jahr 2001 in welchem monat hast du gesagt kam noch mal das xp raus ok ok wenn du dir im oktober eine digitalkamera gekauft hättest dann hätte die so in etwa 400 euro gekostet so eine kleine kompakte ja ich meine es gab zwar schon billige wie gesagt so ab 100 euro aber so eine kleine halbwegs seriöse hätte 400 euro gekostet hättest du den mark also oh gute frage ich denke euro ok ich denke euro ja aber ich weiß es nicht du hast schon recht 2001 gab es ja noch keinen euro gab es ja erst 2002 oder ja naja es gab nicht oder war 2001 das umstellungsjahr oder war das 2002 2000 war das doch schon in der umstellung wie das die das quasi im finanzmarkt das schon ein euro war irgendwie also ein euro gebucht wurde und irgendwie digital das schon ging aber im echten handel war das doch bis bis 2002 war doch die mark also aber ich weiß nicht war es bis ende 2002 das weiß ich nicht mehr na das wird doch sicher stichtag der erste gewesen sein nie 2001 gab es noch den mark definitiv weiß ich weil da bin ich ja eingeschult worden übrigens am 11 september 2001 und ich habe mein erstes taschengeld tatsächlich noch in pfennigen bekommen das weiß ich also ich habe noch und ich konnte das auch gegen etwas eintauschen also damals hast du dafür 50 pfennigen noch was gekriegt da hat die kugel eis noch 50 pfennige gekostet ähm du sprichst in rätseln was sind für ach so 50 pfennige sind die rappen quasi mhm ok tu dich so als wärst du so so ein schwitzer ja du bist so ein bwl justus aber irgendwie so es würde schon auch passen also so wenn du einfach so ein schweizer wärst mit so französischen wurzeln könnte man sich schon vorstellen bei dir ich komme eigentlich aus lausanne das wissen die wenigsten das kenne ich nicht lausanne ähm das am genfer see luzern nein nein das heißt schon lausanne luzern ist eine andere stadt ja weiß ich nix kenne nix kenne nur luzern ähm woher ich weiß nicht was ist denn das heute eigentlich für ein scheiß wir müssen jetzt mal wirklich bitte wieder zurückkommen ja wir sind im jahr 2001 und ich habe dir gesagt hättest du am ende des jahres die gekauft ich muss es nochmal recherchieren sind 400 euro der mark ich denke es sind 400 euro weil so sonst hätte ich es so nicht aufgeschrieben ich denke mal meine quelle die mir das da äh von der ich das habe wird halt einfach entweder das umgerechnet haben oder wie du sagst eben es wurde damals eben auf dem papier schon ein euro gerechnet am anfang des jahres hättest du für die gleiche kamera noch 800 euro bezahlt also es ist quasi im laufe des jahres ähm hast du 50 prozent preisverfall bei den digitalen gehabt und das ist schon enorm wenn du dir das überlegst weil du musst dir sagen wir sind irgendwie in den in den 90er jahren halt wirklich noch so ist so eine digicam noch irgendwie ein absolutes luxusgut niemand kann es wirklich gebrauchen weil die vernünftigen rechner fehlen mit denen du irgendwie eine bildbearbeitung machen kannst oder mit denen du die daten auf eine cd-rom brennen kannst um sie dann eben irgendwo abzugeben weil ich meine übertragung übers internet war damals ja noch undenkbar im endeffekt und von dem her hat das ganze natürlich obwohl die technik natürlich längst da gewesen ist immer noch extrem lange gebraucht um sich in der bevölkerung auszubreiten und beliebt zu werden jetzt habe ich noch eine kleine preisfrage für dich ich hoffe du verzichtest jetzt aufs googeln sondern beschränkst dich aufs raten also es gab ja damals die nikon d1 das war ja die erste digitalkamera spiegelreflex von nikon und dann gab es die d1x das war quasi so ja kurzes nachfolgermodell das kam eben 2001 raus sobald ich das herausgefunden habe ähm wie viel megapixel hatte die oh das müsste ich wissen ähm 1,2 nee 0,8 nein die war schon wesentlich besser die hatte schon wirklich 5,5 megapixel zu dem zeitpunkt 5,5 das ist ja fast so gut wie das iphone äh nicht damals sorry damals als ich klein war krass 5,5 megapixel das ist ja schon und das bei vollformat muss man sagen also die d1 glaube ich wenn ich mich richtig erinnere müsste eine vollformat kamera sein ja ich glaube die waren nicht APS-C manchmal haben die hersteller irgendwie zu der zeit mit APS-C gespielt aber ich ja ja natürlich also ich meine das war ja dann der wesentlich verbreitetere aber die nikon d1 das war ja im endeffekt das profigerät und soweit ich weiß war das eine vollformat kamera jetzt darfst du mal raten was das ding gekostet hat 4000 mark hm nicht ganz 6500 euro ok das heißt 4.000 mark ist ja viel zu günstig ne 4.000 euro hätte ich sagen sollen also du musst es wirklich wenn du jetzt quasi mit der Inflation rechnest dann sind es schon nochmal deutlich deutlich mehr also die kamera war damals schon extrem teuer und konnten sich ja nur nur sehr erfolgreiche profis im endeffekt leisten muss ja sagen haben sich damals aber viele profis einfach noch nicht geleistet weil die müssen ja irgendwie den wert von dieser kamera sich erstmal wieder reinarbeiten man arbeitet ja auch als Fotograf egal ob das jetzt ein Pressefotograf ist oder ein Hochzeitsfotograf man arbeitet natürlich erstens mal gerne mit dem was man gewöhnt ist und zweitens mal natürlich auch irgendwo gerne mit etwas was nicht zu teuer ist und sich relativ schnell dann auch amortisiert genau ja damit will ich die Digitalkamera Sektion schließen ich gebe noch einen ganz kleinen Hint oder einen ganz kleinen Ausblick auf die nächste Woche wir werden uns nächste Woche das Jahr 2002 angucken wir werden uns anschauen welche Namensrechte hier wieder wohin verschoben werden eine Firma so viel kann ich schon sagen die 1995 pleite gegangen ist wird jetzt zumindest mit Namen verkauft Canon macht ein bisschen was und ja auf jeden Fall auch 2002 genau 2002 wird einiges passieren im Bereich sag ich jetzt mal wir sind ja noch eigentlich im Digitalboom aber den müssen wir natürlich gleichzeitig angucken um zu schauen wo haben jetzt die Leute die jetzt quasi krass vom Analogboom profitieren schon ihre Investitionen getätigt also wer war quasi so klug und hat damals in den 2000ern eben sich ja Know-how Maschinen Produkte etc. gesichert und zehrt noch heute davon ok bin ich schon gespannt was du dann nächste Woche uns zu sagen genau du hattest ja angesprochen dass du eine Kickstarter Leiche im Keller hast und uns davon gerne mal berichten würdest willkommen kommen in Felix Kickstarter Kacke kommen ich wissenden auges einfach mal auf Kickstarter gegangen habe nach Kameras gesucht und habe ein Projekt aus dem Jahr 2018 gefunden wo ich mir nicht ganz sicher bin ob es wirklich echt also um kurz zu sagen es ist quasi eine Rolle Flex als Instant Kamera die funktioniert dann mit dem Instax Minifilm und das Projekt wurde auch gefundet war halt irgendwie in koreanischen äh koreanisch Hongkong Dollar und der Anbieter gibt sich das Roller aus und ich bin mir irgendwie nicht sicher ich habe jetzt irgendwie mal geschaut die verweisen jetzt mittlerweile also sagen wir so das wurde gefundet auf der Webseite von Kickstarter gibt es aber viele Kommentare wo die Leute fragen wo das Ding denn bleibt und da steht auch immer noch irgendwie voraussichtliche Lieferungen und sowas da deswegen war ich zuerst mal das ist doch sicher Fake da wurden doch sicher die Leute abgezogen zumal da auch die letzte Aktualisierung dann irgendwie auch 2018 her ist dann bin ich aber da gibt es einen Button Buy Now weil es so vom Design her und sowas auch eigentlich gut aussieht also wenn dann hätte ich mir gedacht hätte der Roller ja sicher schon längst was gesagt dann wird man auf eine Webseite mint-kamera.com weitergeleitet dort kann man sie sich kaufen für 440 Euro interessanterweise gibt es einen VIP Preis da steht drunter you become VIP after getting your first camera was denkst du ist der VIP Preis also ich check irgendwie nicht was für einen Sinn das überhaupt hat sag es ist günstiger es ist 419 Euro ich verstehe aber ehrlich gesagt nicht was werde ich doch VIP wenn ich die Kamera bekomme also dann zahle ich 20 Euro weniger genau steht auch irgendwie available to ship also irgendwie man kann auch das type Warenkorb hinzufügen so weit so gut bin mir war mir zu dem Zeitpunkt nicht sicher ob das legit ist aber was mir bevor wir den Podcast gestartet haben aufgefallen ist oben gibt es so einen Banner Rolle 35 AF reserve your place in line by joining the waitlist ich kann mir vorstellen dass es doch legit ist und dass diese Firma mit der Rolle offensichtlich zusammenarbeitet um die Rolle 35 wieder rauszubringen diese Rolle Flex Instant Kamera vor wie viele Jahre sind das sechs Jahren auf den Markt gebracht haben finde ich finde ich wild habe ich überhaupt nicht mitbekommen hast du das hast du das mitbekommen das sieht doch irgendwie ehrlich gesagt ein bisschen an der Scheiße aus oder also ich bin jetzt hier gerade das ist ja quasi also Mint und das ist die Instant Flex TL70 wahrscheinlich oder oder was ist das ne TL70 ist gleich nochmal also schau mal die TL70 doch genau die TL70 ja das ist ja komm kannst du dein Geld gleich verbrennen ja schon also nicht nur zu teuer sondern auch sacken hässlich also es ist ja also da steht ja auch nichts von Rollei drauf sondern da steht ja nur Instant Flex drauf und im Endeffekt ist das irgendeine Plastikkiste die halt irgendwie halbwegs fotogen abgelichtet wurde aber ich glaube ehrlich gesagt ist das nichts besonderes aber gut also diese Mint von denen habe ich schon gehört weil die nämlich so Zubehör auch haben so Aufsteckblitze so neue für die wie heißt sie die SX70 für diese Auffaltbare und sowas also von denen habe ich auf jeden Fall schon mal was gehört sage ich jetzt mal ja interessant ist die auf der Stimme auf der Webseite ist mir gar nicht aufgefallen aber ja die ist auf der Webseite dort nicht mehr Rollei auf dieser zwei-ölgigen Kamera aber ich bin jetzt auch auf diesen Banner gegangen mit Rollei 35 AF und habe da meine E-Mail eingegeben und das sind Fotos zu sehen von der Rollei 35 AF hast du die schon gesehen? Was? Wo? Ja wenn du oben auf diesen orangenen Banner gehst da siehst du Fotos von der Rollei 35 AF ohne dass da irgendwie was übergeblendet Ah ja ja Hast du die schon gesehen? Ich habe die ja im Camera Magazine sind da glaube ich schon irgendwie Bilder drinnen gewesen ich bin mir allerdings nicht sicher ob das ein echte ist oder ob das quasi nur so ein Prototyp ist aber auf der anderen Seite sind hier jetzt schon Beispielbilder ja kann natürlich auch ein Prototyp sein kann natürlich auch alles gefakt sein und ist das ganz gefährlich auf der Webseite ne glaube ich nicht ne glaube ich auch nicht das sieht ganz gut aus auch die Bilder die da mitgemacht wurden ganz ja ganz interessant ja wo wir gerade bei dieser Kamera sind ich habe ja eigentlich mich für den Wettbewerb vom Camera Magazine beworben und wollte da eben mitmachen und einen NC500 von Orvo voll fotografieren zum Thema City ähm und das würde das würde mich weil ich ja ein effizienter Mensch bin würde mich das direkt in die fünf Fragen überleiten und zwar perfekt bist du bereit ich bin immer bereit welche Bildideen hast du für das Thema City äh oh Gott Bildideen für das Thema City okay also stell dir vor du bist jetzt der Hersteller Orvo du möchtest jetzt damit irgendwie Werbung machen die Bilder werden von ihnen veröffentlicht und das müssen das muss schon irgendwie so ein bisschen hipstriger Scheißdreck sein aber es muss schon auch irgendwie gut sein aber was kann man damit wirklich vernünftig machen naja du City würde ich mir doch irgendwie so eine Einkaufsstraße vorstellen mit Menschen und irgendwie Geschäften oder irgendwie was Belebtes ja stimmt schon ja vielleicht auch irgendwie was Ikonisches im Hintergrund aber ich würde also keine Ahnung allererste Gedanke wäre gewesen irgendwie so ganz blöd irgendwelche Sightseeing Dinge aber das ist ja überhaupt nicht überhaupt nicht irgendwie was Besonderes oder irgendwie was Herausforderndes ja ist es in Berlin oder in LA ich glaube LA ist eine der unfotogensten Städte die es gibt also wirklich ja und es sind doch überall schöne Palmen und ja wenn du da mal kurz ja ich glaube da ist sowas wie San Diego oder Florida äh Florida sag ich schon ähm Miami irgendwie viel schöner ah ja okay gut klar wenn du da irgendwie so am Meer direkt bist das scheinbar für mich ist das sowieso eins ich bin da unten ja nie gewesen keine Ahnung da unten egal ob Mexiko Kanada USA alles Amerikaner irgendwie so alles Coca-Cola ähm ja also um zu zu City zurückzukommen ich glaube ich würde irgendwie so eine würde auf Street Photography irgendwie eher schauen ja du musst ein bisschen gucken dass du halt nicht irgendwelche Leute fotografierst die die dann wieder nicht veröffentlichen können ne also es ist halt auch wieder so ein bisschen das Problem aber es sind Menschen die im öffentlichen Leben da irgendwie rumlatschen also draußen sind die nicht so ein bisschen befreit von ihrem ne eigentlich nicht nicht wirklich es kommt immer so drauf an sind die Menschen quasi Beiwerk also wenn du jetzt quasi in der Einkaufsstraße fotografierst und da sind halt irgendwie äh 100 Menschen drauf dann geht es um die Einkaufsstraße und da kann vermutlich eine Einzelperson keine Rechte anmelden wenn du da raus jetzt aber Einzelpersonen isolierst und die Einkaufsstraße zum Beiwerk wird dann ist es schwierig da muss man ein bisschen gucken ist ein mega schweres Thema generell ist ein Bildrecht so ein schweres Thema hast du bekommen dass der Böhmermann nicht erfolgreich war mit seiner Klage ne um was geht's der hat doch dieses Imker dieses Bienenvideo gemacht wo ich auch das erste Mal im Leben gelernt habe dass diese Honigbienen gar nicht diese Bienen sind die wichtig sind für das Ökosystem und da hat er irgendwie so einen Bio-Imker aus dem Osten damit auch ein bisschen der hat ihn da immer gezeigt und irgendwie immer als Beispiel von so einem scheinheiligen Ökodeppen genommen ja und der hat aber dann quasi eine Werbung mit Böhmermann gemacht ja das fand ich aber ehrlich gesagt auch gut aber das habe ich ja schon wirklich das ist ja schon ewig her ja das hat er ja schon ewig lang verloren ja ne da war gerade eben erst in zweiter Instanz ach so ah ok hat er da auch wieder verloren was ist der Böhmermann eigentlich für ein Idiot also Entschuldigung bitte aber ich meine ganz ehrlich einmal verloren ja shame on you dann hast du halt verloren dann zieh den Kopf ein aber bitte also das ist echt was was ich nicht verstehen kann also ich meine gerade ich verstehe es wenn du jetzt sag ich mal der Imker wärst ja keine Person des öffentlichen Lebens aber damit steht doch er da wie der größte Vollidiot also wenn er jetzt quasi so klein kariert ist und sagt meine Fresse ich verarsche den ganzen Tag irgendwelche Leute scheiß irgendjemand mal auf den Kopf aber kaum macht mal jemand einen Witz auf meine Kosten also das was ist er also der ist schon echt ein bisschen klein kariert finde ich ja das check ich irgendwie auch nicht also ich weiß nicht ob er sich irgendwie beraten lässt oder quasi eh irgendwie so einen Herrn Scherz die quasi automatische Vollmacht gibt dass er immer machen kann wenn er so will aber ja das macht ihn nicht sympathischer und vor allem was will er daraus gewinnen also ja das frage ich mich halt eben auch also für mich ist das ehrlich gesagt viel mehr Promotion für diesen Imker ja 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 total also nee aber so genau City Imker jetzt kommen wir von der Bienenwiese wieder zurück in die verpestete Stadt ja ja Einkaufsmeile aber das ist eine gute Idee Einkaufsmeile wäre jetzt mein Ding gewesen irgendwie ich habe tatsächlich über genau ich habe tatsächlich darüber nachgedacht sowas zu machen wo Leute in Bewegung sind also quasi eine Einkaufsmeile und mit einer längeren Belichtungszeit das quasi aufzunehmen ja das hört sich gut an da müsste man halt gucken dass man eben ein Stativ eben mitnimmt und so weiter so ein bisschen tatsächlich in die Richtung habe ich auch gedacht ich hatte noch gehofft irgendwie dass ich es in München machen kann aber als ich dann neulich losgefahren bin habe ich den Film exakt hier liegen lassen und jetzt werde ich aber nicht drum rum kommen weil der Einsendeschluss ist nämlich in zwei Tagen dass ich heute nochmal losziehe und in Ingolstadt ein paar Bilder macht dann ist es halt leider nicht die Big City sondern die Small City und dann muss man halt da gucken ich glaube es gibt auch hier so zwei, drei schöne Ecken die man noch fotografieren kann in Ingolstadt interessant ja nicht viel das ist richtig das ist eine wie gesagt wir hatten nochmal so einen Kumpel der immer steile These gesagt hat oder? ich habe den immer noch ich weiß nicht wie es dir geht aber ja stimmt das ist der der in Berlin irgendwo wohnt genau ja das stimmt zweite Frage wir haben die erste abgehakt hässliche Kamera und gut oder schöne Kamera und schlecht hässliche Kamera und gut ja ja klar hätte ich jetzt gar nicht gedacht hätte ich gedacht du sagst jetzt so kann nicht auch beides sein na gut das vorausgesetzt natürlich ja aber natürlich ist die Funktion wichtiger als das Aussehen in der Kamera oder also ja würdest du das anders beantworten nee gar nicht gar nicht deswegen ich habe eigentlich die Frage aufgemacht dass wir so eine kleine Kontroversie hier haben weil ich der festen Überzeugung war nee wir kannst ja für dich die Kamera muss schön sein weil wenn ich nicht mit was Schönem arbeite dann kann ich auch nichts Schönes erschaffen oder also nee so wie wenn du bei ChatGPT auf Regenerate tritt hast du gut gemacht Felix nee ich bin tatsächlich auch der Meinung und ich nutze ja als Standardkamera momentan irgendeine komische Minolta Knipse keine Ahnung was das für eine ist eben diese Dynax sind auch das beste Beispiel dass das eben nicht zutreffen muss ja richtig sacken hässliche Kameras also wirklich so was hässliches hat man selten gesehen außer außer die erste aber die hieß ja noch nicht Dynax die war ja noch eine 7000 haben wir das eigentlich mittlerweile in dem Video geändert also nee nee haben wir nicht glaub nicht ja das entsorgt mich auch zu spät ist aber auch nicht schlimm weil ich meine Alpha hießen sie ja trotzdem ne also die Bezeichnung Alpha in Japan haben sie nämlich schon gehabt richtiger Alpha Move richtiger Alpha ja schade ja aber dann habe ich ja deine Frage schnell beantworten können ja ich muss aber sagen bei mir hat sich das gedreht also bei mir war das ursprünglich tatsächlich anders und darüber bin ich in die Fotografie wieder reingekommen ich habe damals ganz viel mit schönen Kameras fotografiert also alles was so aus der DDR kam und ja macht ja auch gute Bilder keine Frage also so eine Vera oder so wenn die richtig kalibriert ist kann die schon was aber das Problem ist dass die doch komischerweise und jetzt habe ich zwei Modelle hier und beim letzten Mal sind echt irgendwie fast alle Bilder Autofokus gewesen und also wo ich mir so viel Mühe gegeben habe da gehe ich jetzt fast eher von der Fehlfunktion von der Kamera aus weil ja anders also weiß ich nicht vielleicht bin ich Autofokus verwöhnt aber da musst da hast du schon recht also ich wäre jetzt glaube ich auch nicht in die analoge Fotografie gekommen wenn ich nicht diese schöne Minolte XD7 gehabt hätte und dann irgendwie überlegt hatte ich hatte ja überlegt diese Olympus Pen gab es ja oder gibt es ja auch immer noch von Olympus als digitale Version irgendwie bin ich darüber dann gekommen also ich bin in die analoge Fotografie über die Optik der Kameras gekommen das würde ich sagen aber bin natürlich mittlerweile greift und würde nicht nur auf das Äußere schauen ja ich denke mal man geht fotografieren und hat dann irgendwie Spaß dabei mit der Kamera so für eine halbe Stunde und dann kommt man halt wieder nach Hause hat mal Bilder und die hat man dann ja theoretisch ein Leben lang und kann sich immer wieder dran freuen deswegen würde ich auch auf jeden Fall sagen hässliche Kamera und gut da spart man auch richtig Geld tatsächlich dann dabei genau dritte Frage was wäre ein Gadget für die analoge Fotografie das es nicht gibt aber es geben müsste boah da fragst du den Falschen ähm ne du fragst nicht den Falschen ich frag genau den Richtigen das ist da bist du doch die richtige Adresse für sowas aber ich bin nicht so fantasievoll für analoge Fotografie was mir rauszusuchen ein Gadget also kann auch voll der Schmarrn sein irgendwas was es einfach noch nicht gibt ne ich weiß nicht das einzige woran ich gerade gedacht hab war das für meine Mami hat einfach kein dass ich da kein integrierten Belichtungsmesser hab das geht bei Offenzeiger aber das ist ja jetzt nicht also keine Ahnung ne das ist ja aber da gäbe es ja schon so aufsteckend exakt deswegen das ist so ein Gadget was was es halt schon gibt ähm ein Gadget das es noch nicht gibt Martin da müssen wir unser eigenes Business wenn ich jetzt auf eine gute Idee komme dann machen wir ein Business draus ja ich hab tatsächlich ja ne Idee du hast ne Idee ich hab ne Idee dann sag mal okay also meine Idee wäre tatsächlich ähm weil es eben diese Aufsteck Belichtungsmesser schon gibt ähm eine Kombination aus einem Aufsteck Belichtungs und Entfernungsmesser zu basteln was jetzt nicht relativ groß ist sondern irgendwie sowas halt mit aus so nem LIDAR äh Autofokus und wo du dann quasi das da mit drin hast und wo du dann vorne auch wo du oben auch einen kleinen kleinen Bildschirm im Endeffekt auch hast damit du eben auch weißt wohin quasi der Fokuspunkt gerade gerichtet ist und sowas es muss ja keine totale totale Schrottdisplay sein und total winzig damit das Ding auch nicht wahnsinnig aufträgt aber ich glaube wirklich so ein Entfernungsmesser also Belichtung traue ich mir echt mehr zuzuschätzen als Entfernung um ehrlich zu sein da bin ich wahnsinnig schlecht wenn jemand mit dem Zollstock rumgelaufen ja gut da bin ich ja zu wenig ähm der Messsucher Kameratyp ich mache ja eigentlich ja das wäre ja eben für eine Kamera die eben keinen Messsucher sondern einen Sucher hat eben gut geeignet oder ja ja und ich meine da wäre doch also in dem Moment könntest du halt jede Kamera vollwertig verwenden die auch keine Messsuchereinheit drinnen hat und plötzlich werden die Kameras halt wesentlich leichter wesentlich stylischer ich meine gut dieses Gerät was du da draufstecken kannst müsste natürlich auch halbwegs schön sein ähm und ich meine mit dieser LiDAR Autofokus Technologie ähm wie sie ja eben in der Roller 35 auch jetzt kommen soll dürfte das eigentlich ein leichtes sein ich weiß aber nicht ob du das schön hinkriegst ich finde so Aufsteckdinger sehen immer halt so extra aus also oder ja aber ich finde diese Belichtungsmasse schon schick ehrlich also nicht alle aber manche ja aber sobald das ist ja quasi dann so ein Ding was da so dran hängt irgendwie keine Ahnung ich mag das nicht wenn das nicht aber dann dann lass es dann lass es so ein Taschengerät sein also dann lass es sowas sein ähm was du einfach in die Tasche packen kannst und meinetwegen auch ohne Display sondern irgendwie so eine Art Laserpointer und da wo ich meine es gibt ja so Entfernungsmesser quasi für die Baustelle die so ein Ding habe ich mir auch mal besorgt und habe damit eben auch äh versucht mal so ein bisschen was zu messen aber jetzt sind mal sind die Dinger extrem unhandlich und zwar mal so richtig gut funktioniert hat es meiner Ansicht nach jetzt ehrlich gesagt nicht aber dass man halt irgendwie so sagt Mensch ja die Gruppe ist jetzt halt zwei oder drei Meter von mir entfernt das kann halt wirklich den Punkt Schärfe eben ausmachen je nach Blendenöffnung in dem Moment und deswegen also das fände ich auf jeden Fall spannend das Einzige das Einzige was mir wirklich beim digital beim analogen irgendwie wirklich fehlen würde ich weiß nicht ob das ginge dass du quasi es gibt ja mittlerweile ja auch transparente Solarpanels dass du quasi irgendeine Art Sensor Fotosensor auch in transparent hinbekommst dass du quasi so eine Zwischenscheibe machen kannst und dann ein digitales Bild und ein analoges Bild gleichzeitig produzieren könntest theoretisch das glaube ich ist nicht möglich aber was möglich wäre wäre quasi einen also quasi das über eine Spiegelung oder sowas abzugreifen könnte ich mir vorstellen ja das also keine Ahnung oder kurz hintereinander zu machen quasi ja ja aber ich bin nicht so so kreativ irgendwie das analoge ich weiß nicht so Innovation da drin das hätte ich jetzt irgendwie gar nicht so so viel nötig gehalten weil an sich gibt es das alles was ich haben möchte das muss halt was irgendwann mal besorgt werden beziehungsweise sinnvoll eingesetzt werden ich hätte noch ein zweites Gadget das wurde schon mal geplant aber ich glaube nie so richtig erfolgreich umgesetzt aber es wäre auf jeden Fall richtig geil eine Filmpatrone mit einem angehängten Sensor sodass du quasi jede analoge Kamera in eine Digitalkamera umwandeln könntest okay aber wie also wie kriegt der Sensor dann seine Informationen also das ist die Filmkapsel genau aus der Filmkapsel ragt dann quasi so ein Streifen raus so ein Flexkabel an dem hängt dann quasi im Endeffekt der Sensor dann packst du das quasi in die Ding rein und ja du musst halt irgendwie gucken dass du halt eben diese Varianz herstellen kannst zwischen dieser Kapsel und dem und dem Sensor weil das ist ja von Kamera zu Kamera unterschiedlich aber das keine Ahnung sollte ja irgendwie möglich sein das soll ich calibrieren irgendwie ja genau und dann solltest du das da einfach nur quasi in jede beliebige Kamera die du hast einfach einklicken können und dann könntest du halt wirklich einfach so mit so einem Livestream WLAN keine Ahnung was ich meine das ist ein bisschen Problem wenn die Kameras aus Metall sind dann kommt da gar kein Funk durch ne ne im Prinzip könntest du ja in der Kapsel eine Speichereinheit irgendwie verbauen weil du müsstest ja nicht die Kapsel ja klar aber du müsstest ja du müsstest ja quasi der Kamera also dieser Kapsel die musst du ja quasi checken wann du auslöst das ist ja auch wieder so ein Ding das das kapitelt ja nicht wirklich ja dann müsstest du vielleicht irgendwie so eine Art Lichtschranke oder irgendwas irgendwie quasi wenn der Verschluss aufgeht erkennt ein Sensor das belichtet wird und dann ja der Sensor checkt schon wenn Licht drauf fällt ja also es gibt sicherlich irgendwie Möglichkeiten das umzusetzen und ich glaube es wurde auch schon mal mit irgendeiner Kamera auch irgendwie halbwegs vernünftig umgesetzt ähm aber das wäre so ein Gadget wo ich mir denke das würde wirklich so sämtliche alten Kameras halt richtig hart aufwerten stell dir vor du hast einfach eine Vera und du brauchst keine mit Messsuchereinheit weil du hast einfach ein Live-Bild auf deinem Handy von dem was die Vera quasi gerade sieht und du kannst wirklich einfach sagen okay zack mach ich Foto mach ich Foto finde ich schon stark ja schon cool mhm du quasi das wäre ja dann auch ein Vollformatsensor dann könntest du echt eine kompakte Vollformatkamera dir mhm dir holen das wäre schon cool ja wenn es dann noch irgendwie die Möglichkeit gäbe dann irgendwie den Sucher irgendwie noch ein digitales Bild einzuspiegeln oder mhm das glaube ich obwohl beim Messsucher ist es ja eigentlich auch wurscht ja ja ne auf jeden Fall das ist was glaube ich da wird schon lange viel rumgetüftelt bisher ist noch nichts nichts praktikables serienreifes soweit ich weiß rausgekommen genau ähm Frage vier genau jetzt waren wir jetzt haben wir drei ausführliche und jetzt habe ich noch zwei ganz ganz kurze Fragen ähm eine Frage mit bitte um kurze Antwort ähm Film transportieren mit der Hand oder mit Motor wir hatten neulich schon mal drüber gesprochen was bist du für ein Typ Hand immer echt habe ich glaube ich damals auch gesagt weiß ich gar nicht mehr bei der Pentax 17 ähm ja habe ich gesagt ich finde es gut dass die da mit Hand weiter ja da haben wir definitiv eine Kontroverse ich bin absoluter Motortyp mir geht das total auf den Keks ich vergesse das auch immer wieder die Kamera zu spannen ich habe eine Zeit lang als ich immer mit der Vera fotografiert habe ähm da musst du ja quasi diesen Ring ums Objektiv drehen um zu spannen und ich habe dann mit anderen Kameras wieder fotografiert mit meiner FE zum Beispiel und dann habe ich die Kamera genommen und habe den Fokus verdreht weil ich irgendwie die Kamera spannen wollte und irgendwie macht mich das Wahnsinn ja gut aber das ist halt bei der Vera auch so ein bisschen was besonnen also beziehungsweise ja aber bei der Vera macht mir es noch Spaß sie zu spannen aber bei keiner anderen Kamera finde ich immer langweilig diesen Hebel wirklich oh ich finde das ich also ich habe immer oder eigentlich immer eine Kamera in der Nähe am Schreibtisch stehen und wenn ich irgendwie mich langweile zum Beispiel wenn ich einen Podcast aufnehme dann bitte wie nein dann ist das quasi wie so mein Fidget Spinner das ist natürlich ich weiß nicht ob das ist natürlich nicht so sonderlich toll für die Kamera aber ich finde es mega befriedigend diesen Hebel ich will auch bewegt werden das ist auch nicht so schlecht glaube ich dann bin ich ja sogar sehr lieb zu meinen Kameras nee also ich weiß nicht ich finde diesen Hebel super ich will ihn nicht missen okay also dann ja keine Ahnung da habe ich schon gemerkt dass ich offensichtlich ein Exot bin aber ich bin da doch der Motor Typos dann letzte Frage ja dunkle Kammerbeleuchtung gelb oder rot ähm rot hat den meisten meisten Flair irgendwie auch so scheehaft und irgendwie sieht das irgendwie cool aus wenn dann die Haut auch irgendwie so weiß ist und alles irgendwie ich mag das wir haben ja auch so rote Verlängerungskabel im Labor und wenn die plötzlich weiß aussehen ich finde das und die Aqua Packungen plötzlich weiß aussehen ja stimmt genau also ich ganz klar rot also das Gelbe das Gelbe können wir eh nur für die für die Berütt Papiere für nee Schmarrn ähm ja doch doch genau für die festgraduierten Papiere für die festgraduierten das war der Gag genau deswegen ich habe immer mit meinen Multigrad PE Papieren rumgearbeitet ja ja genau das ist tatsächlich nur da geeignet aber ich muss sagen wenn man wirklich dieses Papier hat was für die gelbe Beleuchtung geeignet ist dann fühlt sich das ohne Schmarrn einfach nicht mehr nach Dunkelkammerarbeit an sondern bist ja im ganz normalen Raum ich finde ein gelbes Licht gewöhnst du dich auch wesentlich schneller als ein rotes Licht und das ist echt das ist so crazy aber mir tut das rote Licht auf der Dauer auch ein bisschen in den Augen weh und bei dem gelben Licht finde ich ganz entspannt eigentlich immer ja ich weiß aber irgendwie habe ich die Vermutung dass die Pflanzlampe vielleicht einem auch die Augen irgendwann ausbrennen möchte ich weiß nicht ich habe irgendwie dieses China Ding ist so ein bisschen dubios aber ja die hat schon auch richtig Power dahinter muss man auch sagen also direkt reinschauen würde ich nicht aber ich sage mal wenn wir die Decke anstrahlen und ich meine das ist ja doch ein etwa 4 Meter hoher Kellerraum und wir strahlen da irgendwie die Decke an und haben einfach überall immer noch mehr als genug Licht das ist schon ziemlich krass also das ist schon auch so ein bisschen das Zeichen dafür dass das das vielleicht auch ein bisschen zu stark ist ja cool dann hätten wir die 5 Fragen an dich abgeschlossen und wir können tatsächlich direkt überleiten zu meiner inoffiziellen 6. Frage welcher Film kommt als nächstes in deine oder meine Kamera also in meine Kamera wenn ich ums Mittelformat gehe kommt auf jeden Fall der Cinestill 50D als nächstes rein da hatte ich mir letztes Jahr im Sommer zwei gekauft einen habe ich schon durchgeschossen den habe ich auch immer ich glaube die letzten vier oder drei Fotos in dem Mamiya Video das ich gemacht habe sind auch mit dem 50D ah ja cool ja und jetzt ist wieder Sommer jetzt kann ich habe ich das Gefühl ich kann wieder mit dem 50D draußen mal fotografieren sehr weiß ich ein bisschen unspektakulär vielleicht aber ein sehr schöner Film also klar wie die sind hat halt nicht diese coole wir hatten ja ich hatte ja mal den 800T auch verwendet da ist ja so cool mit diesen roten Highlights oder Licht wenn das dann noch zu Film kommt dass das dann so so ein Flair hat das hat halt der 50D nicht ok ja ich muss sagen ich habe den den 50D eben als Version von Silbersalz zuletzt verwendet und muss sagen der hat mir auch gut gefallen also Silbersalz 35 habe ich ja einmal komplett mich durchs Sortiment probiert ich finde die Bilder sind alle extrem gut aber der 50D ist natürlich schon das was so am nächsten an so ein ich sag mal an so eine RAW Datei aus so einem ja aus so einer digitalen raus schon krass wie viel Dynamikumfang dann noch hat ich habe da ein Foto gemacht wo die Sonne gerade in den Dolomiten so die Spitze von einem Berg erwischt hat und ich glaube bei den meisten Filmen hätte ich da halt einfach nur hell und dann den Berg gesehen aber man sieht da schon auch irgendwie Abstufungen von der Sonne ja also ich finde das auch Wahnsinn Wahnsinn einfach und du kannst echt mit ganz vielen Nachbearbeitungen und Dingen die Farben intensivieren also ich finde da fängt wirklich in der Nachbearbeitung der richtige Spaß an und ich war zuerst gar nicht so begeistert weil die Dinger eben so flach waren und ich habe gesagt das ist aber so ein bisschen overhyped irgendwie zumal ich kurz vorher noch einen Ektachrom Diafilm als geskennte Dateien gekriegt habe so richtig Spam Kontrast und richtig schöne leuchtende Farben und so weiter da war das natürlich schon ein bisschen was anderes aber hat hat Spaß gemacht also hat richtig richtig Spaß gemacht und ich werde mir ich weiß nicht ob den 50D nochmal holen aber ich habe vor ein paar Tagen habe ich auch mal wieder auf der Seite vorbeigeguckt welcher aus der Vierer Linie ist denn da dein Liebster du hast ja glaube ich auch alle einmal ausprobiert oder? Nein ich habe glaube ich immer noch den boah lass mich lügen 200T oder 250D und 200T ah die hast du noch gar nicht nein ich bin mir so sicher dass meine meine Silberseizfilme des Todes sind ich habe ja auch ich habe glaube ich nur zwei voll geschossen den 250D habe ich in der Kamera den 200T den habe ich noch draußen oder irgendwo rumflacken nee den habe ich im Kühlschrank mittlerweile das daran habe ich wenigstens gedacht aber irgendwie weil ich komme einfach nicht mehr zum Fotografieren also diese Silberseizfilme habe ich ja schon lass es vier Jahre ich glaube ich habe die sogar vor Corona gab es ja ich erinnere also ich glaube du hast auch das noch in der Zeit gekauft wo der Entwicklungsgutschein auf jeden Fall immer mit dabei war ja 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 genau ich glaube der ist gilt auch irgendwie immer noch ja ja natürlich gilt ja noch logisch aber trotzdem übrigens was jetzt für dich interessant sein könnte es gibt den Hot Summer für Analog und die geben dir quasi diesen Extended Upgrade für jeden Film den du bis September einschickst also das heißt normalerweise kriegst du ja die Standardauflösung und jetzt offensichtlich kauft sich das niemand mehr für die Standardauflösung echt locker ausreicht und die meisten Kameras sowieso nicht mehr hergeben und da bloß die die Scanqualität jetzt hochzuschrauben am Bild im Endeffekt überhaupt nichts dreht du hast bloß riesengroße Datenmengen die du dann halt auch irgendwo speichern musst deswegen ist es irgendwie ein Quatsch aber ja vielleicht ist das ja doch spannend wenn du mal ein Reiz für mich das durchzuhören ja ich glaube das ist ich weiß auch gar nicht mal in welcher Kamera der 240D ist ich glaube in der F5 ja dann kannst du doch schauen oder die hat doch so ein Guckfenster oder nicht ja kann ich mal schauen also auf jeden Fall muss ich sagen also der 50D war wirklich so der neutralste und war so im Endeffekt auch der der so am meisten noch an so einen Standard-Negativ-Film von Kodak eben rangekommen ist der 500T war für mich so ein bisschen zu körnig also da muss ich sagen da bin ich dann doch so ein bisschen raus gewesen das war mir dann das war mir dann irgendwie nicht mehr so ich muss sagen irgendwo vernünftigerweise würde es sich lohnen glaube ich 200T und 250D irgendwo sich einzugrooven was du dann nimmst ist glaube ich am Ende des Tages relativ wurscht ich habe gedacht wenn ich draußen fotografiere dann kriege ich irgendeinen Blaustich hat aber nicht gestimmt die Fotos waren völlig ohne Blaustich also von dem her keine Ahnung passt schon also alles gut okay dann bin ich ja beruhigt ich glaube ich habe den auch damals zusammen mit dem in Berlin fotografiert zusammen mit dem Orbo-Film dem NC400 oder 500 welchen haben wir da uns besorgt das weiß ich nicht mehr ein von den beiden ein von den beiden genau und eigentlich hatte ich da auch quasi schon ein Video vorbereitet gehabt für den NC500 ah ja müssten wir irgendwann könnten wir irgendwann auch mal machen glaube ich ja habe ich nämlich ja auch einen gemacht ja ja genau hast du da schon die Moderation oder noch nein ich habe bloß so hier sind wir in Berlin und am ich glaube am Bundesreichstagsufer und fotografieren jetzt habe halt ganz viele Schnittbilder aus Berlin toll ja sehr gut die Fotos sind auch ganz nett also ja ist ja wie gesagt meine auch aus Berlin meine Bilder von dem ja 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 was ein Zufall ja ich glaube da haben wir sogar schon mal drüber ja das ist auch schon wieder ewig her das habe ich damals aufgenommen als also das ist aus dem gleichen Berlin-Besuch wie das DM-Video was ich gemacht habe ja also das ist auch schon wieder ein Ja das ist echt Alter ja das ist irre ja jetzt müssen wir mal hinkommen also wenn ich jetzt dann mal ein bisschen Geld habe dann werde ich mir erstens mal einen Film für einen Computer zulegen der eben für die Schneidarbeit auch geeignet ist und dann werde ich mir auf jeden Fall auch mal das ist so ein gescheites Schneidprogramm zulegen weil es kann ja nicht sein dass du da immer die ganze Schneidarbeit alleine machst dann nehme ich dir da auch mal was ab ich meine ich könnte natürlich auch DaVinci kostenlos nutzen was eigentlich so das Sinnvollste wäre weil da was dafür zu bezahlen das macht auch keiner egal was er behauptet ich würde da tatsächlich was hast du wie heißt das von dir wie meinst du mein Programm Final Cut Pro ja da würde ich tatsächlich mehr so in die Richtung gehen du musst halt schauen es gibt halt du bist halt kein Student mehr das ist halt scheiße weil es gibt ja die Pro Suite von Apple für 230 Euro oder sowas ich weiß nicht wie teuer ich habe Studenten an der Hand und manchmal auch im Bett auf jeden Fall solange ich es für Schüler sind das ist ja auch alles gut nein es sind Studenten auf jeden Fall nein ja okay wollen wir es mal nicht vertiefen ich wollte noch einen guten Scherz machen mit aber ich will ja auch eigentlich dass du mich das tapfere Schneiderlein nennst ja natürlich du bist schon das tapfere Schneiderlein aber in letzter Zeit hast du ein bisschen nachgelassen also muss ich jetzt schon sagen es sind ganz schön viele Videos auf Halle ja ich warte auf den Upload beziehungsweise jetzt habe ich ja ja hier wenn hier der Herr Dross seinen Ton nicht schickt ja stimmt kann ich auch nicht schneiden ne stimmt also ich habe jetzt den großen Monitor von meiner Mutter mir geholt weil sie Probleme hat mit der Auflösung weil der hat wirklich sie hat mir geschrieben ich habe Probleme mit meinem Bildschirm und ich dachte sie hätte den kaputt gemacht das Problem mit dem Bildschirm ist aber zu Hause verwendet sie den Computer eigentlich nur um den Schul-PC zu spiegeln und sie hat sich einen 21 zu 9 Bildschirm gekauft weil der schön breit ist aber in der Schule hat sie einen 16 zu 9 Bildschirm und das große Problem ist dass sie halt immer die Auflösung verändern muss und das ist die das ist der große Notfall gewesen mit dem Bildschirm ich habe einfach im Mediamarkt so einen kack Bildschirm mit der gleichen Auflösung wie in der Schule gekauft und dann passt das jetzt was natürlich für mich nur Vorteile jetzt bringt weil jetzt habe ich so einen 38 Zoll Bildschirm auf dem Schreibtisch oh yeah oh yeah das ist nicht schlecht da macht das Schneiden gleich viel mehr Spaß ja definitiv also ich glaube auch also wenn ich mir also einen neuen Computer hole dann denke ich wirklich zusätzlich noch so ein iMac zu meinem kleinen MacBook weil das so für unterwegs reicht mir das MacBook locker aber für Bildbearbeitung etc. hätte ich ja gern schon immer ein iMac und ich habe ja ein iMac hier aber der ist mir dann doch ein bisschen zu lahmarschig inzwischen geworden hätte ich jetzt dann doch mal gern was mit M1 drin irgendwie auch wenn die nicht mehr so schön sind muss ich jetzt leider sagen du könntest ja auch ein Pro-Display kaufen ähm Robin, Geldscheiße die sind ja schweig nee, nee, nee es gibt ja zwei Versionen äh nee Studio-Display meine ich das ist nicht so teuer ähm das ist mehr so vom Design auch wie dieses Cinematic-Display was die hatten vor 15 Jahren das fängt glaube ich es glaube obwohl ich glaube es ist auch nicht günstiger als ein iMac ehrlich gesagt ich glaube es so 1000 Euro an aber es ist halt nicht diese 4.500 Euro wo du halt noch nicht bei den Ständen dazu hast nee, nee ach ja na gut aber jetzt zum Beispiel wieder in moderne Apple-Technik abgelöst genau ich wollte nämlich eigentlich darüber sprechen weil du hast gesagt bei dir kommt der 50D ran genau ich bin dann überlegen welcher kommt bei mir als nächstes in die Kamera also gut auf jeden Fall kommt natürlich mal dieser Orvo in die Kamera dieser NC500 weil ich will ja für die für diesen Wettbewerb noch was einreichen auch wenn es irgendwie so ein bisschen knapp ist und vermutlich wird da eh nichts draus aber man könnte tatsächlich eine Roller 35 AF gewinnen deswegen wirklich ja und auf jeden Fall jede Menge Filmmaterial aber wie gesagt also ich werde sowieso nichts mehr gewinnen weil ich habe es jetzt einfach ein bisschen verschissen ich hätte das längst mal machen sollen dann hätte ich vielleicht eine Chance gehabt aber jetzt ist da jetzt die Chance ein bisschen dahin jetzt schauen wir mal dass wir noch das Beste daraus machen und dann genau kriegen wir das oder was oder was ah den kennst du gar nicht es gibt vom vom VfL Bochum gibt es so einen Legenden-Fan der sagt immer oder was in jedem Satz oder was oder was oder was oder was das ja nur mal wieder Side-Fact aus der Welt des Fußballs die sich nicht interessieren werden aber was ich vielleicht nur kurz aus der Welt des Fußballs was mir gerade einfällt das Auswärtstrikot des FC Bayerns der neuen Saison wurde an die Bavaria angelehnt toll ja wow also auf die Frage für später ist die verschädete Antwort auf die Frage was ich mir als nächstes kaufe ist das außer Sekunden nein nein schmarrn ich habe mir das bei der Bremen-Heimtrikot natürlich als nächstes gekauft gehabt okay gut also dein nächster Film NC500 ja wobei also wenn ich jetzt quasi wieder für mich privat fotografieren werde dann wird es natürlich ein Kodak Gold werden weil die habe ich hier noch in rauen Mengen verfügbar und der ist ja für so Durchschnittsanwendungszwecke ganz gut in meiner F5 liegt tatsächlich noch ein Sinistail 800 oh drin ja genau den muss ich auch nochmal irgendwann verschießen da habe ich mir gedacht da fotografiere ich Tankstellen bei Nacht so wie Willem Wobbeek vielleicht aber wie lange ist er schon drin boah ich weiß nicht so lange jetzt auch noch nicht erst so einen Monat oder so ah ja okay okay aber ich glaube die haben auch irgendwie so zwölf Monate ja die haben eine ganz kurze Halbwertszeit ja da mal gucken das stimmt ja das denke ich bin mir auch sicher dass meine Silbermax Silbersatzdinger auch einfach durch sind wieso nee die sind nicht durch die sind ja mit Ramjet beschichtet die halten sich aber ich dachte trotzdem dass die irgendwie so eine Mindesthaltbarkeit haben haben immer alle aber ehrlich gesagt ja meinst du okay also ich würde ich würde ihm mal einen Stopp mehr belichten ähm hä 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 verharsch mich doch eine Blende ja eine Blendenstufe danke und das war jetzt wahrscheinlich gar nicht synchron für mich war es synchron dass wir es gesagt haben ja hast du dem Podcast richtig scheiße hören könnte sein könnte sein ja okay ähm weiter geht's oder weiter geht's ähm ich muss dir was erzählen von digitaler Kameraerfahrung ich habe in der Schule unsere Abschlussfeier fotografiert und es ist so gewesen dass ich schon einmal in der Schule fotografiert hatte auf dem Frühlingsfest und da ein paar schöne Bilder auf Kodak Gold gemacht habe da finde ich sind die Ergebnisse echt ganz nett geworden wobei man sagen muss dass mir die echt ein bisschen zu entsättigt waren es war halt ein sonniger Tag und da halt hohe Motivkontraste und so weiter aber ich glaube das habe ich eh schon mal erzählt und jetzt habe ich aber auf jeden Fall eine Sony in die Hand gedrückt bekommen mit Vollformat und einer Zoom-Linse die boah schlag mich tot ich glaube 24 bis 70 Millimeter bei einer durchgehenden Offenblende von 2,8 hatte und wenn wenn ich einem was sagen muss dann ist es dass diese Zoom-Objektive die bis 70 Millimeter gehen die Pest sind du bist einfach immer so ein Stück zu weit weg davon es ist die Pest ich habe immer alles nur auf 70 Millimeter fotografiert weil du wirst ja als Reportagefotograf in diesen Momenten ja gerne so einen gewissen Abstand zu den Motiven haben dass die dich jetzt nicht auch um die bemerken aber mit so scheiß 70 Millimetern stehst du halt immer wesentlich zu nah dran außerdem ist das Objektiv viel zu schwer für das was es kann für seine 28 bis 70 gut durchgängig die Bildergebnisse sind okay ich war begeistert die Kamera hat keine Ahnung 32 Megapixel oder irgendeinen Scheiß gehabt Vollformat also richtig richtiger Brecher im Endeffekt das heißt ich hätte auch mit 70 Millimetern locker fotografieren können und dann halt einfach nachher ausschneiden du hast ja wirklich selbst wenn du wenn du nur so ein kleines Bilddetail gehabt hast es ja immer noch bessere Ergebnisse gehabt als wenn du Kodak Gold im Vollformat komplett richtig den Bildausschnitt getroffen hast ja trotz alledem also so mit dem Handling von dieser Sony war ich jetzt nicht begeistert also ich habe ja deine Nikon eben auch getestet mal du redest von Sony meine Güte ich habe gerade schon überlegt was von der Marke du redest sorry ich kann mich bloß an den einen Kommentar irgendjemand hat sich mal beschwert dass ich Sony nie falsch ausgesprochen habe das sind mir immer die Liebsten immer blöd rumgeschafft und das sind immer ah Gott ey naja aber das Handling gefällt dir von der Sony jetzt nicht so gut wie von der Nikon nicht besonders also die hat ja auch einen Augenautofokus aber dafür musst du einen Knopf drücken das kann offenbar erst die nachfolgende Generation hat er mir dann gesagt das habe ich mich auch total vertan okay also da ist irgendwie so ein Knopf und den musst du dann drücken wenn du willst dass der ein Auge findet und dann hat er aber meistens nicht wirklich ein Auge gefunden weil die Leute dann doch irgendwie zu weit weg gewesen sind das war so ein bisschen lästig um ehrlich zu sein das hört sich echt blöd an ja nichtsdestotrotz die Bilder sind sensationell geworden auch wenn man sagen muss wenn halt da wieder so ein geschissenes RAW rauskommt was halt irgendwie wieder so grau in grau sich auf dein Display flätzt dann musst du halt auch erstmal dich durchackern und ich habe jetzt die Apple Fotos App für mich entdeckt und damit kannst du halt wirklich super geile Ausarbeitungen machen also ganz ganz ehrlich bin begeistert du kannst ja da erstens mal RAW Dateien auch verarbeiten und zweitens mal ist es halt wirklich sensationell weil du halt echt mit den automatischen Bildverbesserungen die du auch über das Handy einfach durchführen kannst halt wirklich extrem schöne Ergebnisse erzielst das muss ich ganz ehrlich sagen ich bin echt bin hin und wieder also ich meine ich fotografiere jetzt mit dem iPhone 15 Pro Max auch immer in RAW und dann lege ich auch immer diese vorgefertigten Filter drüber und das sieht schon echt gut aus also du kannst auch echt noch viel auf dem Handy sofort machen ja ich ich bräuchte halt mal wirklich was irgendwelche Presets die halt eine vernünftige Qualität bieten ähm aber na gut es gibt quasi was ich auch noch habe ist die Lightroom App fürs Handy da kannst du halt auch dir Presets holen oder auch die verwenden von denen ich glaube die App an sich ist auch erstmal kostenlos ähm kannst du mal ausprobieren ich glaube auch von Leica gibt es ja irgendwie jetzt auch eine App also ich habe ja da bin ich über dieses Fjorden wird euch wahrscheinlich alle zum Hals rauch das hängen wir auch aber die App gibt es auch gar nicht mehr sondern es ist von Leica irgendwie nur noch eine App mit der man fotografieren kann die halt so Einstellmöglichkeiten bietet aber halt auch so Leica Looks irgendwie also weiß nicht die musst du mit der Pro-Version freischalten deswegen habe ich es noch nicht ausprobiert aber werde ich glaube ich auch mal machen weil es gibt glaube ich wieder so eine 3-Tage-Test-Version für nichts wo man wieder vergisst dass man die 3-Tage-Test-Version hat und weil man natürlich nicht sofort das Abo schon beendet sondern denkt ja ich schaue erst mal der Klassiker ja genau so kenne ich das bei mir und Pro-Version hat man wieder ein Jahres-Abo für 100 Euro also es gibt ja viele viele Sachen und Möglichkeiten auf dem Handy Handy-Raw-Verarbeitung zu machen mittlerweile und mit guten Presets hast du denn mit dem du hast das 11 Pro kannst du mit dem auch schon direkt RAW fotografieren ich glaube nicht also jedenfalls wüsste ich es jetzt nicht kann schon sein dass es geht aber ich weiß es jetzt nicht tatsächlich also das ist schon irgendwie ein kleiner Game-Changer vor allem was da auch Lichtausnutzung geht angeht das ist echt schön was du mit RAW noch irgendwie machen kannst ja müsste ich mal müsste ich mal testen was sich da noch ergibt also ich muss eben sagen ich war jetzt so begeistert ich habe ja jetzt mehrfach also ich habe mal mit einer Canon fotografiert das war toll das war allerdings ein Spiegelreflex-Vollformat von einem Theaterkollegen da habe ich eben die Schauspielerporträts gemacht das war toll dann habe ich mit deiner gearbeitet mit der Nikon was ist es Z6 Z6 aus der zweiten Generation okay und dann habe ich jetzt eben mit dieser Sony gearbeitet und ich muss ganz ehrlich sagen am Ende hat mir dann doch am meisten ehrlich gesagt deine Nikon getaucht ja muss ich jetzt sagen doch ja ja also im Vergleich zu Sony würde ich das auf jeden Fall auch sagen bei Canon habe ich einfach noch nie ich glaube ich habe noch nie mit einer Canon Kamera geschweige denn mit diesen Spiegellosen aus der R-Serie fotografiert deswegen kann ich da wenig sagen weil die werden ja nicht ohne Grund sehr gut verkauft also Canon hat ja glaube ich auch im Spiegellosenmarkt sagen wir mal wir haben viel Boden gut gemacht zu Sony glaube ich war das nicht irgendwie so der große Skandal sogar die Associated Press hat ja irgendwie immer Alpha 9 und sonst was gehabt von Sony und die sind glaube ich auch auf Canon umgestiegen also irgendwas muss schon also vielleicht ist das auch einfach ja irgendwas haben sie richtig gemacht ja also zumindest haben sie gut gut ihr Produkt verkauft ja würde ich auch sagen definitiv nee also ich bin bin echt begeistert und ganz ehrlich das wird jetzt schon mal irgendwann eine Anschaffung sein definitiv wie wir immer besprochen haben eine Vollformat und ich gehe jetzt mal schwer von Nikon aus ja einfach weil mir das Handling jetzt bisher am besten gefallen hat ja also ich finde vorhin bei Sony die Menüführung ich habe gar nichts gemacht und ich muss einfach sagen ich habe mit deiner Kamera ohne dass ich irgendwas wusste sofort sehr gute Bilder hergestellt ich habe mit der Kamera die ich jetzt da benutzt habe sehr sehr kämpfen müssen bis ich da mal halbwegs gute Bilder gemacht habe also von dem her ich glaube die Nikon funktioniert für mein Empfinden ein bisschen intuitiver aber das ist wie gesagt halt auch einfach irgendwie eine Geschmacksfrage ja genau ja wenn ich die Nikon anmache habe ich einfach schon von Radical Face Welcome Home im Ohr also das ist für mich einfach immer die 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 Erfahrung wenn ich die Nikon verwende deswegen die haben echt als ich jung war sehr gutes Marketing betrieben und sich in meinem Kopf festgesetzt mein Boah wie du jung warst da war ich schon fierzig ja das sieht man dir auch gar nicht an danke das ist super süß von dir du bist junger du bist der Benjamin Button von uns beiden richtig ich alter in die falsche Richtung wir sollten noch mal ganz kurz gucken wir haben mal wieder gar keine Kommentare gekriegt Leute was ist los mit euch ich dachte aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran auch die letzte Folge nicht so gut gelaufen ist es ist immer so wenn wir eine gute Folge haben dass die schlecht läuft und wenn wir eine naja sagen wir mal nicht so ganz gute haben dass die dann plötzlich richtig läuft und es liegt einfach nur am Titel dann letztlich deswegen was ist heute der Titel weiß ich nicht ich mag mochte mal ich mochte eigentlich meinen Titel von letzter Woche aber ja naja wer klickt das an also ich meine hallo back from the USA da denkt man das hier so ein so ein ACDC ja keine Ahnung stimmt schon ist nicht so effekthascherisch wie die Roller 35 AF sorgt für Privatinsolvenz was haben wir denn heute groß was ist so das Thema von heute oder was ist denn so das reißerischste was wir hatten das reißerischste ui eine gute Frage Roller Instant Film ein Hoax Fragezeichen fuck you Roller und da haben wir garantiert auch viele Hörer könntet ihr nicht mal Kapitelmarken machen ich will doch da nur das fuck you Roller hören und mich dann in den Kommentaren drüber auskotzen danke für nichts nein wir gucken kurz in die Kommentare es gibt nicht viele Kommentare aber es wird sie genau der Arthur will dass wir seinen ältesten Bruder grüßen der interessiert sich nämlich auch für Analogfotografie und beschäftigt sich fleißig mit unseren Videos ganz liebe Grüße mein Deutsch ist nicht perfekt man hoffe ich was verstehen war aber gut geschrieben ja definitiv also Grüße zurück in die Schweiz lieber Arthur es hat mich sehr gefreut und auch natürlich Grüße an deinen Bruder schön dass der sich auch so rege bei uns interessiert wäre schön wenn der uns auch mal einen Kommentar vielleicht schreibt gut dann haben wir noch einen weiteren Kommentar bei der nächsten Folge da hat er geschrieben Erster na auch nett dann haben wir den Klaus macht Bilder der schreibt uns für mich ist aus der 80er Epoche die Olympus XA der Brüller 35 2.8 Milchbild Entfernungsmesse und volles Kleinbildformat leider war mein Erbstück von dem Typ so desolat total matschige Lichtdichtungen dass sie nicht mehr nutzbar war aber kann man nicht Lichtdichtungen einfach austauschen vielleicht ist das bei dieser hässlichen Kamera nicht möglich findest du die Kamera hässlich wir haben ja vorher dann geschaut wie die Kamera aussieht und ich habe zuerst die Suche eingegeben und war entsetzt und dann hast du gesucht und dann war ich mir nicht sicher ob du mich verarscht oder die falsche Kamera hast weil du meintest ja dass sie dir sogar gefällt ich finde die sensationell die gefällt mir brutal gut richtig schick wirklich ja doch doch total gut man muss auch sagen ich habe das erste Foto gesehen mit diesem Blitz den man da irgendwie ranbauen ja das ist nicht so das ist nicht gut aber auch der zweite Eindruck irgendwie ich finde das die ist so so asymmetrisch also asymmetrisch ja das ist doch cool und ich finde ganz ehrlich das ist super also das ist eine super moderne Formgebung stell dir die vor die wäre jetzt aus irgendeinem sagen wir roséfarbenen Plastik oder aus dann ist sie trotzdem asymmetrisch und zwar auch noch so komisch dass die nach links nach oben quasi geht weil dieser Slider irgendwie so eingearbeitet dass es ja oben auf so einer Schiene entlang geht ja und keine Ahnung ich finde das ist eine definitiv extrem schöne Kamera und die würde mir durchaus auch gefallen ist aber nicht ganz billig tatsächlich also ist schon auch einigermaßen beliebt eben wahrscheinlich weil die eben so der Brüller ist wie der Klaus schreibt genau der Detlef hat gesagt er hat mal reingehört und hört uns dann zum Einschlafen das ist super genau könnt ihr uns zum Einschlafen wahrscheinlich wenn wir wieder bei der Beantwortung der Kommentare sind dann schläfst du schon längst lieber Detlef aber Podcast zum Einschlafen hören habe ich jetzt schon ganz oft gehört dass das Leute machen es macht ganz viel ganz viel im Kopf und man kann schon mal ausspannen finde ich gut ich weiß ja nicht ganz leise reden ich weiß ja nicht was bei Spotify los ist mit den Kommentaren aber irgendwie wird uns immer noch der Reiter Kommentare angezeigt ich kann da aber irgendwie wenn ich da drauf gehe sehe ich immer nur die alten ich weiß nicht ob man auf Spotify in der Maske überhaupt noch kommentieren kann deswegen kommentiert gerne weiter auf Spotify wenn es bei euch geht aber momentan sehen wir das leider nicht ich finde es irgendwie ein bisschen schade dass Spotify die Möglichkeit rauskommt also diese Umfragen Q&As die kann man weiterhin machen aber die die an Kommentare gehen nicht mehr und das finde ich irgendwie ein bisschen schade das fand ich schon ganz schön weil sonst hat man bei Apple Podcasts halt nur so generelle so Antwort also generelle Bewertungen über den Podcast aber auch irgendwie keine Interaktionsfläche das ist so ein bisschen das Einzige was bei den YouTube Videos wenn wir nur ein YouTube Video hochladen vielleicht ein bisschen schöner als wenn wir da einfach dann nur da stattfinden und dann dort auch Kommentare gleich bekommen aber ja das ist jetzt auch jammern auf naja hohem Niveau nicht aber ähm First World Province nennen wir es mal so ja wir haben dann übrigens außerdem mal wieder Probleme mit Content Piraten es hat sich schon wieder bei unserem letzten erfolgreichsten Video irgendjemand ähm um die Copyrights bemüht das ist bei uns nicht so dass wir ja rechtefreie klassische Musik nutzen die wir von einer Seite haben die nennt sich Muse Open es gibt nun mal leider jetzt auch so Content Piraten die sich die Sachen darunter laden sich als Musik Labels ausgeben ähm und die quasi bei YouTube hochladen und alles was damit äh bestückt wurde quasi für sich beanspruchen und wenn du jetzt deinen Kanal ruhen lassen würdest ja und quasi dich nicht mehr jeden Tag damit beschäftigst dann schnappen sich diese Leute deine erfolgreichsten Videos packen da nen Claim drauf und dann haben wir ähm ja deinische Geld das wenige Geld was wir mit den Videos machen richtig wobei wir gar nicht so schlecht verdienen muss man jetzt auch wirklich sagen also ich kenne da wirklich YouTuber die haben echt einen miesen Verdienst im Vergleich zu dem was wir hier bekommen und ich meine das ist halt einfach auch der Aufwand den wir da halt auch zu zweit reinstecken und das zahlt sich dann schon aus ja es gibt ja diesen Faktor den jeder YouTuber irgendwie individuell gestattet bekommt abhängig von Videolänge und Schnitte und wie aufwendig das halt vom Algorithmus gesehen wird und ja da sind wir erstaunlich gut dabei das würde ich auch so sagen also für unsere moderate Anzahl an Views sind wir gut bestückt definitiv genau haben wir auf Instagram irgendwas bekommen ich habe gerade ins Postfach geschaut da sehe ich nichts leuchten hast du irgendwas beantwortet vielleicht zufälligerweise ja gut dann Leute könnt gerne interagieren mit uns genau macht das doch mal wieder schön dass ihr heute alle eingeschaltet habt und ich freue mich wenn wir uns auch beim nächsten mal wiedersehen übrigens hast du den neuen European KI Act gehört du musst jetzt claimen dass die Musik mit KI erstellt ist okay also in der Beschreibung oder das weiß ich nicht habe ich nicht so ganz verstanden ich sage es aber für alle auch jetzt hier Musik außer unserer sehr schönen Intro Musik ist KI generiert genau aber ich glaube man hört das auch so ein bisschen an den Stimmen würde ich ich finde auch die Texte immer super ich habe wieder eine alte Folge gehört wo dann dieser Text mit den die Helden des Nordens oder sowas dabei war ja okay hätte ich vielleicht mal drüber hören sollen als ob wir in diesem scheiß Chance irgendwo da oben sitzen naja egal lass uns lass uns einen Deckel drauf machen es ist schon sieben und ich muss heute noch unbedingt meinen Film voll fotografieren und das auch genau ja gut dann Paris Athen auf Wiedersehen ciao tschau Bildsportzeit Bildsportzeit analoges Licht Bildsportzeit Bildsportzeit Jede Woche Pflicht Youtube Kanal für Fans und Freunde schön arme Studenten doch Träume die sich lohnen analoge Kameras Bildsportzeit alte Filme alte Filme Frankes Fotowissen genieß es und sei treu Bildsportzeit 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 analoges Licht Bildsportzeit Bildsportzeit Jede Woche Pflicht Bildsportzeit Youtube Kanal für Fans und Freunde schön arme Studenten doch Träume die sich lohnen Analoge Kameras Analoge Kameras alte Filme neu Frankes Fotowissen genieß es und sei treu Bildsportzeit 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 analoges Licht Bildsportzeit 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 Jede Woche Pflicht Jede Woche Pflicht Jede Woche Pflicht